Musik Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk der Stimme der Vernunft aus der Schweiz zu einer neuen Ausgabe in unserer Sendereihe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Ich bin Rechtsanwalt. Schön sind Sie dabei. Taurus League beschäftigt uns im Rechtsstaat. Auch von der völkerrechtlichen Seite, nachdem in verschiedenen sozialen Medien davon die Rede war, die russische Föderation erwäge, den 2-plus-4-Vertrag über die deutsche Einheit zu kündigen. Wir sprechen mit Dr. Ulrich Vosgerau aus Berlin. Hat der 2-plus-4-Vertrag eventuell eine Regelungslücke? Unser Kollege Rechtsanwalt Ulrich Fischer aus Frankfurter Main glossiert den Umstand, dass Justitia hinter ihren verbundenen Augen vielleicht doch sieht, Aber mit welchem Auge sieht sie besser? Oder ist sie gar auf dem linken Auge blind? Das Korrektivspektakel über die Gesprächsrunde in Potsdam hat erhebliche Lücken in der Argumentation der selbsternannten Entdecker offenbart. Stefan Brandner ist Rechtsanwalt in Gera. Mit ihm sprechen wir über Lücken in der Beweisführung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die dazu führen, dass das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zur Frage, ob die Partei der Alternative für Deutschland ein Verdachtsfall ist, in die Verlängerung muss. Mit Philipp Kruse aus Zürich sprechen wir um Angriffe auf die Bürger und unsere staatliche Souveränität sowie Lücken in der Logik des Schweizer Bundesrates, der sich ohne Not nicht nur dem WHO-Pandemie-Vertrag unterwerfen will, sondern auch noch das Abwasser seiner Bürger untersuchen lässt. Ulrich Vosgerau ist den Hörern des Kontrafunk bestens bekannt. Er ist habilitierter Rechtsanwalt in Berlin mit der Lehrbefugnis für die Fächer Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Allgemeine Staatslehre und Rechtsphilosophie. Mit ihm spreche ich über das Risiko einer Vertragskündigung des 2-plus-4-Vertrages durch Russland. Herr Kollege Vosgerau, ist die Kündigung des 2-plus-4-Vertrages eine Schnapsidee, wie die Journalistin Dagmar Henn in einem Kommentar meint, oder könnte da völkerrechtlich was dran sein? Nein, das ist eine vollkommene und endgültige Schnapsidee und da ist völkerrechtlich rein gar nichts dran. Der 2-plus-4-Vertrag kann nicht gekündigt werden. Erstens, er enthält selber keine Kündigungsoption. Das tun ja andere Völkerrechte-Verträge. Beispielsweise der EU-Vertrag, der EUV, der hat diesen berühmten Artikel 50, auf den Großbritannien sich dann berufen kann. Mit diesem interessanten Detail, man kann aus dem Euro nicht austreten, aber aus der EU eben sehr wohl schon. Beim 2-plus-4-Vertrag ist nun so, also erstens, es gibt keine Austrittsoption und es gibt auch keinen sonstigen völkerrechtlichen Grund, der den Austritt auch nur ermöglichen würde, geschweige denn zu ihm berechtigen würde, also zum Beispiel die sogenannte Klausula rebus sextantibus, die in anderen Zusammenhängen im Völkerrecht wichtig ist. Es geht vor allem deshalb nicht, weil der 2-plus-4-Vertrag einen Sachverhalt regelt, der in der Vergangenheit bereits abgeschlossen ist, nämlich die Wiedervereinigung Deutschlands. Ich mache mal ein historisches Beispiel. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien haben ja zwischen 1775 und 1783 miteinander Krieg geführt, eben den Unabhängigkeitskrieg. Der endete dann so, dass schon nach einigen Jahren die Kampfhandlungen der Briten in Amerika aufhörten, weil die einfach sozusagen fertig waren, das Expeditionskorps, das war quasi aufgerieben. Und dann hat man den entstandenen Zustand 1783 durch den Vertrag von Paris beglaubigt, in dem eben Großbritannien die Unabhängigkeit der damals 13 Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt hat. Das war dann eben keine Kolonie mehr. Was wäre denn jetzt, wenn Großbritannien aus irgendeinem Grund erklären würde, dass der Vertrag von Paris widerrufen wird? Ja, müssten dann die USA sich vielleicht auflösen und wieder britische Kolonie werden? Also nicht nur, dass die USA das faktisch natürlich nicht tun würden, sondern faktisch natürlich sagen würden, wir existieren ganz einfach als unabhängiges Land und auch als Weltmacht und daran wird sich nichts ändern durch Erklärungen, sondern sie wären selbstverständlich auch rechtlich gar nicht verpflichtet, da irgendetwas auf solche Erklärungen von britischer Seite zu geben, denn sie würden völlig zu Recht sich darauf berufen, dass die Unabhängigkeit der USA nun einmal eine in der Vergangenheit abgeschlossener Sachverhalt ist. Und mit der deutschen Einheit der Wiedervereinigung ist es ja gar nicht anders. Auch die DDR ist ein Stück weit eine sowjetische Kolonie gewesen und dann ist die Sowjetunion eben pleite gegangen und Gorbatschow musste die DDR quasi Not verkaufen an die Westdeutschen, so kann man das ja in etwa zusammenfassen. Es ist der 2 plus 4 Vertrag gemacht worden, der regelt die deutsche Einheit. Die Sowjetunion hat damals der deutschen Einheit zugestimmt, Russland ist eben der Rechtsnachfolger, aber die können das jetzt nicht irgendwie widerrufen oder aufkündigen. Das ist eben in der Vergangenheit so geschehen, das ist rechtmäßig geschehen, daran kann man ex post nichts mehr ändern. Von der völkerrechtlichen Faktizität, von der Sie zutreffenderweise sprechen, möchte ich noch einmal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, ob eine Kündigungserklärung möglich ist und welche Rechtsfolgen sie möglicherweise auslöst. Es wird tatsächlich in Teilen des russischen Parlaments, der Duma, von einzelnen Gruppierungen gefordert, dass die russische Regierung das erwägen möge. Da gibt es eine entsprechende Bewegung in diese Richtung. Auch der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat sich mit der Frage der verfassungsrechtlichen Möglichkeit der Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen befasst und beschäftigt. Und es gibt einige Beispiele auch für gekündigte Verträge. Ausgangspunkt ist hier Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz. Und hier wird auch ganz fein zisiliert hinsichtlich des Zustandekommens und der Möglichkeit der Kündigung. Das Zustandekommen ist geregelt. Das Bedarf der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften, also Bundestag und Bundesrat. Zur Kündigung sei aber die Bundesregierung alleine berechtigt, so zumindest die herrschende Meinung. Ändert das Ihre Auffassung hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeit jenseits der rechtlichen Wirkungen? Nö. Also natürlich können völkerrechtliche Verträge im Allgemeinen gekündigt werden, wenn eben diese Möglichkeit bereits vertraglich vorgesehen ist, wie eben in Artikel 50 EUV, oder wenn andere im Völkergewohnheitsrecht anerkannte Gründe und Möglichkeiten dafür bestehen. Aber hier scheitert es eben allein schon daran, dass der 2-plus-4-Vertrag nicht die laufenden Beziehungen zwischen Deutschland und Russland irgendwie zum Gegenstand hat, sodass man sagen könnte, jetzt hat sich aber etwas Tragendes geändert, sondern der 2-plus-4-Vertrag hat zum Gegenstand, dass die Sowjetunion 1990 der deutschen Einheit eben zugestimmt hat. Und darin erschöpft es sich auch schon. Diese mehr als 30 Jahre jetzt in der Vergangenheit liegende Zustimmung, die kann man nicht im Ex-Post für gegenstandslos erklären. Es ist auch die deutsche Einheit nicht unter den Vorbehalt der weiter laufenden Zustimmung der Sowjetunion beziehungsweise ihrer Rechtsnachfolger irgendwie gekettet oder hängt davon ab. Das wäre ja totaler Unsinn. Nee, da ändert sich nichts. Mit anderen Worten, auch bei einem unterstellten groben Vertragsverstoß der Bundesrepublik Deutschland gegen die tragenden Erwägungen des 2-plus-4-Vertrages oder beispielsweise in Artikel 2 der Friedenspflicht von deutschem Boden aus, könnte keine der übrigen vier Vertragsparteien aus diesem Vertragsverstoß irgendwelche Rechte ableiten. Nein, und zwar, das gilt in verschiedenen Dimensionen. Erstens, diese Artikel, die Sie zitieren, das sind ja keine bindenden völkerrechtlichen Normen in dem Sinne, dass ihre vermeintliche Verletzung irgendwie ein Widerrufsrecht begründen würde, sondern das sind ja zukunftsgerichtete Absichtserklärungen der Parteien. Weiter zunächst einmal nichts. Aber selbst wenn wir jetzt in den Text mal näher reingehen, das ist ja auch interessant, also im Artikel 2 des 2-plus-4-Vertrages, da verpflichten sich alle Vertragsparteien. Also Sie haben das eben so gesagt, als wenn nur Deutschland sagt, wir werden immer Frieden halten, was die anderen machen, ist egal. Nein, in Artikel 2 verpflichten sich alle Vertragsparteien des 2-plus-4-Vertrages dazu, das völkerrechtliche Verbot des Angriffskrieges einzuhalten. Also sich an das Aggressionsverbot zu halten. Alle Vertragsparteien verpflichten sich, im Sinne einer politischen Absichtserklärung, keine Angriffskriege zu führen. Mehr als einer politischen Absichtserklärung bedarf es auch insofern nicht, weil ja das Aggressionsverbot im Völkerrecht ohnehin zwingendes Völkergewohnheitsrecht wäre. Das heißt, es besteht auch dann, wenn ein Staat sich nicht subjektiv daran gebunden fühlt, beziehungsweise sagt, er habe das nicht unterschrieben. Und hier ist ja historisch so, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und weiterführt. Und das hat erstmal die Konsequenz, das meinen Sie ja wahrscheinlich, dass selbst, wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland entscheidend daran mitwirken würde, am Ende sogar es noch selber ins Werk setzt, jetzt beispielsweise diese Brücke da von Kertsch mit diesen Taurus-Saketen kaputt zu schießen. Selbst wenn die Bundesrepublik Deutschland dieses täte, wäre es kein Angriffskrieg. Und zwar allein deswegen nicht, weil Russland gerade einen Angriffskrieg führt, auch schon seit über zwei Jahren. Und dann sind natürlich Aktionen, auch von Dritten, die darauf gerichtet sind, den Erfolg des Angriffskriegs zu vereiteln, ihrerseits kein Angriffskrieg, sonst wäre ja der Begriff völlig wertlos. Jetzt könnte man auf den ersten Blick denken, Sie werden gleich sehen, das ist noch ein bisschen differenzierter. Im nationalen Recht, nationalen Strafrecht, ist es ja bekanntlich so, da gibt es nicht nur die Notwehr, die man selber üben kann, wenn man angegriffen wird. Die gibt es ja auch im Völkerrecht. Das ist dieser Artikel 51 der UN-Charta, das naturgegebene Notwehrrecht der Staaten, was eben auch die Ukraine gerade ausübt, sondern es gibt ja auch die Nothilfe. Man darf auch einem Dritten, der rechtswidrig angegriffen wird, beispringen. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, gibt es das auch analog im Völkerrecht? Gibt es da nicht nur das natürliche Notwehrrecht der Staaten, das Selbstverteilungsrecht, sondern gibt es auch eine Staaten-Nothilfe? Und manche Völkerrechter versuchen das in der Tat zu etablieren. Ich werde das mal ein bisschen ausführen. Also auf den ersten Blick ist es nicht so. Im Völkerrecht sagt man dann, wenn zwei Staaten kriegführend sind, egal welcher jetzt der Angreifer ist und welcher nicht, dann haben alle anderen Staaten zunächst einmal eine Neutralitätspflicht, also gerade kein Nothilfe-Recht. Und zwar sieht man das deswegen im Völkerrecht so, weil eben aus einem lokalen Konflikt durch Einmischung anderer Staaten kein Flächenbrand werden soll. Kurzer Einschub. Das heißt nicht, was ich vorhin gesagt habe, dass es technisch ein für alle Mal ausgeschlossen wäre, dass man gegen einen Staat, der gerade einen Angriffskrieg führt, wie Russland gerade, überhaupt einen Angriffskrieg führen kann. In bestimmten Konstellationen ginge das durchaus. Zum Beispiel, wenn die VR China sich jetzt entschließen würde, die Schwäche Russlands oder die Abgelenktheit Russlands mit dem Ukraine-Krieg jetzt ganz einfach auszunutzen, um von Südosten in Russland einzumarschieren, ganz einfach, um den Russen Gebiete wegzunehmen. Das hat es in der Weltgeschichte schon öfters gegeben, dass sozusagen die Beschäftigung eines Staates, vielleicht sogar Überforderung eines Staates mit einem bestimmten Krieg einfach ausgenutzt wird von anderen Nachbarn, um da selber Gewinn zu machen. Das wäre dann nach wie vor ein Angriffskrieg Chinas gegen Russland. Aber wenn jetzt, wie gesagt, wir die Brücke kaputt schießen würden, ganz einfach um der Ukraine, die eben angegriffen ist und sich verteidigt, beizustehen, dann wäre das kein Angriffskrieg. Es würde sich aber die Frage stellen, ob es ein Verstoß ist gegen die völkerrechtliche Neutralitätspflicht, die alle nicht direkt in den konfliktverwickelten Staaten grundsätzlich trifft, damit nicht aus jedem Lokalkonflikt sofort ein Flächenbrand wird. Und das ist, wie Sie sich vorstellen können, im gegenwärtigen Völkerrecht natürlich wieder wild umstritten. Die grundsätzliche Konzeption, die wir seit 1945 in Folge der UN-Charta haben, ist es eben, dass es grundsätzlich mal das Gewaltverbot gibt, das Verbot des Angriffskrieges. Das ist weiterhin das naturgegebene Selbstverteidigungsrecht eines jeden Staates auch gibt. Der angegriffene Staat darf sich erst mal wehren. Und die Konzeption ist dann so, dass der angegriffene Staat sich so lange wehren soll und darf, bis der UN-Sicherheitsrat, der eigentlich dafür zuständig ist, dann eine Lösung gefunden hat und den Konflikt sozusagen entscheidet. Und wenn der angegriffene Staat nicht selber darauf hört, dass der UN-Sicherheitsrat zu ihm sagt, du bist jetzt Angreifer, du musst jetzt aufhören, dass dann der UN-Sicherheitsrat auch durchaus Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Er hat natürlich selber keine eigenen Machtmittel. Der UN-Sicherheitsrat hat keinen exekutiven Unterbau, schon gar keinen militärischen. Aber das Vorgehen wäre dann so, dass der UN-Sicherheitsrat eine Coalition of the Willing zusammenstellen würde. Also Staaten, die des Willens sind, gegen den Angreifer jetzt vorzugehen. Also das alles müsste der UN-Sicherheitsrat jetzt eigentlich schon machen, seit Anfang des Konflikts. Und wenn denn der UN-Sicherheitsrat alle Maßnahmen ins Werk geleitet hätte, die eben erforderlich sind, um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine effektiv zu beenden, dann würde auch entsprechend schrittweise das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, was ja zunächst einmal Eigenmacht ist, auch dann eben enden. Und dieser normalerweise von der UN-Charta vorausgesetzte Mechanismus, der funktioniert nicht. Der wird noch nicht mal anfänglich in Kraft gesetzt. Ganz einfach, weil Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion selber ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist, mit Vetorecht ausgestattet. Und deswegen ist es schlichterdings unmöglich derzeit, dass der UN-Sicherheitsrat seine eigentlichen Pflichten erfüllt und seine eigentliche Funktion erfüllt. Und deswegen geht der Krieg immer weiter. Und solange er immer weiter geht, hat natürlich die Ukraine auch ein Selbstverteidigungsrecht. Und wer der Ukraine hilft bei der Selbstverteidigung, verstößt möglicherweise gegen die Neutralitätspflicht Dritter Staaten. Das ist sehr strittig. Aber ein Angriffskrieg ist es schon mal nicht. Denn der Angriffskrieg, das ist das, was Russland macht. Jedenfalls würde dann die Bundesrepublik Deutschland, sollte es zum aktiven Einsatz dieser Taurus-Waffen kommen, beispielsweise gegen die Kerzbrücke oder gegen andere Infrastruktur innerhalb des Hoheitsgebietes von Russland, aus dem tendenziellen Kombatantenstatus sicher zum aktiven Kriegsteilnehmer werden. Das müsste man differenzieren. Es kommt sehr oft die Einzelheiten an. Wenn die Taurus-Rakete von Deutschland nach Russland fliegt, dann ganz sicherlich. Das ist technisch nicht möglich. Die fliegt nur 500 Kilometer weit. Wenn sie in die Ukraine geliefert wird, um dort von ukrainischen Soldaten irgendwie dann eingesetzt zu werden, dann gibt es in der Tat sehr strenge Theorien der Neutralität, die eben sagen, es dürfen im Rahmen der Neutralität keine Waffen geliefert werden, auch keine Munition geliefert werden, das sei schon Bruch der Neutralität. Die Schweiz sieht das im Großen und Ganzen so, aber man muss jetzt sagen, die Schweiz sieht das so im Rahmen ihres eigenen nationalen verfassungsrechtlichen Dogmas von der Neutralität der Schweiz. Da kann man nicht unbedingt schon gleich einen Durchgriff machen auf die Neutralitätspflicht des Völkerrechts im Kriegsfall, die eben Dritte Staaten trifft. Und die Einzelheiten sind sehr umstritten, da sagen dann manche, die Neutralität wäre dann jedenfalls überschritten, wenn deutsche Soldaten in die Ukraine entsandt werden, um da beispielsweise mit den ukrainischen Soldaten diese Handhabung des Taurus-Flugkörpers zu üben. Das sagen manche Völkerrechtler, aber wie gesagt, die Einzelheiten, die sind alle sehr umstritten vor dem Hintergrund des Umstandes, dass sozusagen der eigentlich vorgesehene Mechanismus, nämlich Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, genau so lange, bis der UN-Sicherheitsrat eine Lösung gefunden hat und diese Lösung dann auch umsetzt und ins Werk zu setzen beginnt, mit entsprechend verteidigungsbereiten Staaten, der funktioniert nicht, der Islam gelegt, den gibt es nicht und deswegen ist hier ein Stück weit ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, sodass auf jeden Fall die Frage gestellt werden kann, wenn der eben der herkömmliche Mechanismus, wenn der UN-Sicherheitsrat gar nicht funktionieren kann, ob dann nicht irgendwann in der Tat zu dem naturgegebenen Selbstverteidigungsrecht aller Staaten, von dem die UN-Charter spricht, auch eine Nothilfe-Berechtigung von Drittstaaten hinzutreten muss, wenn dann eben Drittstaaten sagen, wir möchten jetzt auch, dass dieser Angriffskrieg endet, auch wenn wir kein formelles Mandat vom UN-Sicherheitsrat haben, das werden wir nicht bekommen, weil ja der Aggressor selber im UN-Sicherheitsrat drin sitzt. Sodass wir als Essenz unseres Gespräches insoweit zumindest Rechtssicherheit gewonnen haben, als der 2-plus-4-Vertrag von den aktuellen Diskussionen unbeeinflusst bestehen bleiben wird. Es bleibt zu hoffen, dass auch die Friedensordnung alsbald wiederhergestellt sein wird. Herr Kollege Vosgrau, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses informative Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Die angebliche Geheimkonferenz von Potsdam und die Reaktionen auf Seiten der Medien und der Justiz haben unseren Kolumnisten Ulrich Fischer zu Betrachtungen aus einem anderen Blickwinkel veranlasst, nämlich unter die Augenbinde der Justitia. Historische Vergleiche erfreuen sich seit jeher einer gewissen Beliebtheit, wenn es darum geht, den gegenwärtigen Zustand einer Gesellschaft mit dem in vergangenen Epochen Vergleichen zu bewerten. In Bezug auf das Größte der Länder, an deren Bewohner sich der Kontrafunk wendet, ist in letzter Zeit sehr schnell von Weimar die Rede, nicht der Stadt, sondern von dem politischen und rechtlichen System, das 1933 zerstört wurde. Einer der Sargnägel, die zu dessen Besetzungsfeierlichkeiten Verwendung fanden, so die herrschende Meinung, trägt das Markenzeichen, die Justiz war auf dem rechten Auge blind. Und eine unvoreingenommene Analyse der Justiz und des Justizapparats der Weimarer Republik, die schon 1922 Julius Gumpel mit seinem Buch Vier Jahre politischer Mord begonnen hatte, wird nicht umhinkönnen, anzuerkennen, dass die Augenkrankheit nicht zuletzt daher rührte, dass der überwiegende Teil der Richter und Staatsanwälte in der Weimarer Zeit die neue demokratische Grundordnung ablehnte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und heute? Der Kommentator kann, so scheint es, von einer veritablen Wunderheilung berichten, deren Kollateralschaden jedoch möglicherweise darin besteht, dass nun Trübungen auf dem linken Auge zu diagnostizieren sind. Und das alles, obwohl wir doch aus der bildenden Kunst wissen, dass die Justiz ja eine Binde auf ihren geschlossenen Augen trägt. Die Beweise sind eindeutig. Es war eine große Koalition der Gutwilligen oder war es eine juristische Volksfront, die nach dem Potsdamer Korrektivspektakel ohne dem Grundsatz Audiatur et alterer Paas gehuldigt zu haben, ohne die Frage zu stellen, ob der gute Zweck die eingesetzten und schon dem ersten Anschein nach rechtlich zumindest zweifelhaften, wenn nicht gar unzulässigen Mittel rechtfertigt, den Rechtsstaat von Rechts in Gefahr sah. Offensichtlich, weil die Sehfähigkeit auf diesem Auge nun so geschärft ist, dass man in der Lage ist, rechtes Treiben durch Blicke in Hotelzimmer aufzuspüren. Jedenfalls starten sich die maßgeblichen juristischen Vereinigungen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Anwaltsverein, der Deutsche Juristinnenbund, der Deutsche Richterbund, um nur einige zu nennen, das Glossenzeitfenster ist begrenzt, zusammen, um, so klang es fast, den Endkampf ums Recht zu führen. Sie seien entschlossen gegen das in einem angeblichen Geheimtreffen skizzierte Konzept und das dahinterstehende Menschen- und Weltbild, das nicht nur unzähligen in Deutschland tätigen Juristen und Juristinnen, sondern uns alle nicht wieder gut zu machenden und dauerhaften Schaden zufügen würde, hinzunehmen und zu akzeptieren. Möglicherweise berauscht durch den mächtigen Donnerhall, den dieser Aufruf fand, legten der Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Juristentag und der Deutsche Richterbund Ende Februar nach und veröffentlichten einen gemeinsamen Aufruf, um, Zitat, zu einem höheren Schutzniveau für das Bundesverfassungsgericht zum Wohle der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu gelangen. Weiter hieß es, ein besserer Schutz des Verfassungsgerichts kann aber nur ein erster Schritt sein, um den Rechtsstaat wehrhafter gegen Extremisten aufzustellen. Es braucht daneben jetzt politische Initiativen in den Bundesländern, um die dritte Staatsgewalt insgesamt bestmöglich gegen gezielte Eingriffe in ihre Unabhängigkeit abzusichern und sie als Bollwerk der Demokratie zu stärken. Die Beispiele Polens oder Ungarns zeigen, wie schnell selbst vermeintlich stabile Rechtsstaaten kippen können. Zitat Ende. Schon die beiden Ländernamen zeigen an, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht darum, dass das juristische Meinungs- und Machtkartell, weil es sich aufgrund ihrer neuen Sehschärfe in der Lage sieht, alles, was rechts ist, als rechtsstaatsfeindlich zu identifizieren, den Meinungskorridor deutlich nach links zu verschieben. Der Vizepräsident des Deutschen Anwaltsvereins, Ulrich Kappenstein, jubelte für die Tagesschau, Zitat, Einen derartigen Aufruf der unabhängigen juristischen Organisationen gab es in der deutschen Geschichte noch nie. Zitat Ende. Hätten nicht die Umstände der Berufung des jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und dessen Fäble für Abendessen mit den Regierenden mehr Anlass für eine solche Premiere geben müssen? An der Humboldt-Universität Berlins findet im laufenden Wintersemester eine sogenannte Ringvorlesung über Rechtsextremismus, Recht und Justiz statt. Der Schirmherr der Veranstaltung, Professor Martin Heger, der auf dem dortigen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, ob europäisches Strafrecht und neuerer Rechtsgeschichte sitzt, gab dazu kürzlich in einem Taz-Interview bekannt, es gehe in der Vorlesung ausgehend von der Weimarer Republik um die Frage, ob die Justiz in Berlin denn auch heute noch auf dem rechten Auge blind sei. Er antwortete, die Gefahr besteht natürlich, unter anderem mit Blick auf die als angebliche Justizministerin der in letzter Sekunde abgefangenen Reichsbürgerregierung vorgesehene ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann. Heger fordern fort, wir sehen leider, dass es eine nicht unerhebliche Zahl von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern, Anwälten und Anwälten gibt, die ähnliche Gesinnungen zeigen. Zitat Ende. Hörer des Kontrafunks wissen, dass möglicherweise eine ganz andere Gefahr besteht, die nachfolgende Generationen, die das Ergebnis dann zu beurteilen haben, so beschreiben werden, die Justiz war auf dem linken Auge blind. Der Kontrafunk wird sich ins Zeug legen, schon jetzt augenärztliche Hilfestellung zu geben. Das war der Beitrag unseres Kollegen Ulrich Fischer aus Frankfurt am Main. Vor dem folgenden Beitrag sollten Sie Artikel 11 des Entwurfs für das neue Schweizer Epidemiengesetz auszugsweise gehört haben. Hier heißt es unter anderem, der Bundesrat kann Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen verpflichten, bei der Überwachung des Abwassers mitzuwirken. Ich spreche mit Rechtsanwalt Philipp Kruse in Zürich. Herr Kollege Kruse, Sie sind auch ein kritischer Beobachter des WHO-Pandemievertrages. Die Lieferung der Entwürfe für die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften hat sich verzögert. Was wurde denn jetzt genau publiziert und welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Es wurde einerseits ein neuer Entwurf des Pandemievertrages mit Datum 7. März publiziert. Der letzte Entwurf datiert vom 30. Oktober 2023 und andererseits in Bezug auf die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften ein Entwurf mit Datum vom 9. Februar, der aber erst am letzten Wochenende über James Rogoski, den amerikanischen WHO-Experten, verbreitet wurde. Diese zwei Entwürfe stellen die aktuellsten Entwürfe dar. Die von Ihnen angesprochene Vier-Monatsfrist, die betrifft die Abstimmung über die internationalen Gesundheitsvorschriften, über die Anpassung derselben. Diese Frist, die kann man entnehmen, den internationalen Gesundheitsvorschriften selber, dem bisherigen Wortlaut, und zwar dem Artikel 55 Absatz 2, der nämlich verlangt, dass Anpassungsvorschläge über die An-der-Welt-Gesundheitsversammlung abgestimmt werden soll, vier Monate vor der Abstimmung vorgelegt werden müssen. Das bedeutet, dass man nun über diese jüngsten Änderungen mit dem Datum vom 9. Februar, die jetzt erst bekannt wurden, dass man darüber mit Sicherheit nicht wird abstimmen dürfen. Man könnte im kommenden Mai allenfalls über die Vorversion abstimmen von Ende November 2022. Aber da wurde in der Zwischenzeit von vielen Seiten bekräftigt, dass die Parteien diesen ursprünglichen Entwurf nicht mehr als relevant betrachten. Und jetzt haben wir natürlich hier ein Dilemma. Die WHO und die meisten Mitgliedstaaten haben die Absicht darüber abzustimmen, aber sie setzen sich in Widerspruch zu den eigenen Spielregeln zum Artikel 55 Absatz 2 der internationalen Gesundheitsvorschriften. und da wurde in der Zwischenzeit auch entsprechender lauter Widerspruch geltens gemacht. Hinter diesen WHO Regularien steckt ein vitaler Angriff auf die Souveränität der Vertragsstaaten. Wäre es unter diesem Gesichtspunkt nicht einfacher, die Schweiz oder Deutschland oder Österreich würden ihren Austritt aus der WHO verkünden und sich auf die eigenen Sachverständigen im eigenen Land fokussieren? Das wäre natürlich absolut wünschenswert, wobei man nicht vergessen darf, in der Vergangenheit gab es das eine oder andere, was die WHO ganz ordentlich gemacht hat, Stichwort Malaria und vielleicht auch Stichwort generelle Information, generelle Datenerhebung zu allgemein relevanten Krankheiten. Aber wenn es hier so dermaßen an die Substanz der Demokratien geht und für mich ist das Thema Souveränität auch nur ein Oberbegriff von den grundlegenden Säulen unserer demokratischen Grundordnungen, wie zum Beispiel das Gewaltentrennungsprinzip, das Gesetzmäßigkeitsprinzip, die freie Information und wenn diese Grundprinzipien bedroht sind, die eben gerade den Bestand einer Demokratie ausmachen, dann muss man sich definitiv die Frage stellen, ob ein Austritt aus einer solchen internationalen Organisation mit autoritären Ambitionen nicht das Beste ist, um die Bevölkerung vor Schaden zu schützen. Lassen Sie mich kommen zu dem zweiten Thema, das wir für heute vorgesehen haben, nämlich das Schweizer Epidemiengesetz. Der damalige Bundespräsident und ehemalige Gesundheitsminister Anna Berset hat noch kurz vor Ende seiner Amtszeit, seiner Zugehörigkeit zum Bundesrat, eine umfassende Teilrevision des Epidemiengesetzes vorgeschlagen. Die Vernehmelassungsfrist endet am 22. März, das heißt, jeder Schweizer Bürger, der dazu noch etwas einreichen möchte, sei herzlich eingeladen, das zu tun. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Teilrevision des Epidemiengesetzes und den Verhandlungen der WHO über diese zwei Pandemievertragswerke? Ja, absolut. Wenn man diese zwei Themenbereiche ganz grob aus der Distanz betrachtet, dann erkennt man ja mit der Perspektive der demokratischen Einschnitte eben die Handschrift des Totalitarismus. Man erkennt auf beiden Ebenen einen Ausbau der Macht, Befugnisse, der Kompetenzen der Exekutive, eine Ausweitung also der Rechtfertigungsgründe, um Notstandssituationen auszurufen. Auf Stufe WHO ist das der Weltgesundheitsnotstand, von dem es jetzt aber auch Untervarianten neu geben soll. Und auf der Schweizer Ebene haben wir das Äquivalent dazu, das ist die besondere Lage und eben die außerordentliche Lage. Beide Rechtszustände hatten wir bereits ab 2020, nämlich ab 28. Februar 2020, die besondere Lage und dann mit Wirkung ab 16. März den absoluten Ausnahmezustand der außerordentlichen Lage und der Zusammenhang. Vereinfacht gesagt, die Kompetenzen der Exekutive sollen ausgeweitet werden. Im Schweizer Epidemiengesetz also die Rechtfertigungsgründe, das freie Ermessen, einen Sonderzustand ausrufen zu dürfen. Aber auch auf der Maßnahmenseite soll dem Bundesrat zahlreiche neue Befugnisse gegeben werden für den Fall, dass er selber eine solche besondere oder sogar außerordentliche Lage ausruft. Wie zum Beispiel neu soll ins Epidemiengesetz aufgenommen werden, die Zertifikatspflicht, eine allgemeine Maskenpflicht für die gesamte Bevölkerung, die auch von den Kantonen soll ausgerufen werden dürfen. Und besonders auffallend soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten, Ärzte verpflichten zu dürfen, Pflichtimpfungen durchzuführen mit neuen Substanzen. Hier sehen wir ganz klar eine Parallelität der Anstrengungen, der Bemühungen zwischen einerseits WHO-Pandemie-Verträgen und andererseits Epidemiengesetz. Eine Subtilität oder eine Besonderheit bei der Abfassung von Gesetzen ist ja auch die Wirkmächtigkeit des Wortes. Wenn ich mir das Epidemiengesetz in der jetzt geltenden Fassung ansehe, Artikel 24, trägt die Überschrift Überwachung und Evaluation. In der neuen Fassung soll Artikel 24 lauten Durch Impfungsmonitoring. Allein diese Überschrift zeigt die Intention des Gesetzgebers. Absolut. Wir haben einerseits einen Ausbau der Überwachungssysteme, die weitreichend quasi schon vorsorglich sollen überwachen dürfen. Das findet sich neu im Vorschlag Artikel 11 Neues Epidemiengesetz und eben der von Ihnen genannten neue Artikel 24 Durch Impfungsmonitoring lässt ganz klar darauf schließen, noch zusammen mit anderen Artikeln, dass dem Mittel der Impfung die oberste Aufmerksamkeit gilt. Die Behörden sollen regelmäßig den Stand der Durchimpfung ermitteln und melden, quasi als Führungsgrundlage für die Exekutive, um bei Bedarf anordnen zu können, dass diese Durchimpfungsrate angehoben wird. Und wir dürfen die Vergangenheit in diesem Zusammenhang auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Es wurden Ende 2020 Substanzen zur Verwendung im Markt zugelassen von Swissmedic, die zu keinem Zeitpunkt ihre Wirksamkeit und ihre Sicherheit mit klinischen Tests nachgewiesen hatten und für die es auch in der Folgezeit keine klinischen Tests nach bisherigem Standard, also doppelt verblindet, mit Kontrollgruppen gegeben hat. Man hat das einfach zugelassen und die Zulassungen verlängert. Es handelt sich hier um einen experimentellen Vorgang. Die Gesamtbevölkerung hat an diesem Experiment teilgenommen, ohne dass sie über den Experimentalcharakter informiert wurde. Und im Verlauf der Folgezeit hat sich erst das Ausmaß dieses Experimentalcharakters in seiner Fülle erst gezeigt. Und hier in diesem Zusammenhang nun für die Zukunft dieses Prinzip der Impfung als die beste Lösung im Gesetz festzuschreiben, das ist wirklich nicht verantwortungsvoll, denn es gibt beileibe, wie wir alle wissen, noch sehr viel mehr Möglichkeiten, mit Krankheiten umzugehen, als immer nur eine Impfung, die aus dem Boden gestampft wurde und die eben die Sicherheits- und Wirksamkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt. Wenn der ehemalige Bundespräsident und frühere Gesundheitsminister Berset mit diesem Entwurf so stark auf das Primat der Impfung setzt, und dem Ganzen offensichtlich die wissenschaftliche Evidenz fehlt, dann frage ich mich, wo ist denn in diesem Gesetz zu lesen, was man ja in der Corona-Zeit schmerzlich vermisst hat, dass ein wissenschaftlicher Diskurs stattfinden muss und die wissenschaftliche Erkenntnis dann auch in die exekutiven Entscheidungen einfließt. Das ist in diesem neuen Epidemiengesetz gar nicht zu finden. Wer das Primat der Wissenschaftlichkeit fordert, sucht eine entsprechende Bestimmung im Epidemiengesetz vergeblich. Was wir im Epidemiengesetz in den Vorschlägen finden, ist Artikel 55, der von einer Krisenorganisation spricht. Der Bundesrat verfügt über eine Krisenorganisation für Ereignisse, die zu einer besonderen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit führen können, sowie zur Bewältigung einer besonderen oder außerordentlichen Lage. Es ist aber kein Stab von unabhängigen Wissenschaftlern vorgesehen. Es ist überhaupt keine Bestimmung zu finden, aus welcher man ablesen könnte, dass es dem Bundesrat wichtig wäre, die unterschiedlichen Stimmen aus der Wissenschaft zu erfassen und auch die Entwicklung des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses zu berücksichtigen. Das fehlt hier ganz eindeutig und was auch sehr wichtig ist, überhaupt vorauszuschicken einer jeden Analyse dieser Anpassungsvorschläge des Epidemiengesetzes ist die Feststellung, dass eben nicht die notwendigen Erkenntnisse aus der Covid-19-Krise gezogen wurden, die sich ja geradezu aufdrängen. Es ist bis heute in keiner Art und Weise weder vom Bundesrat noch vom Parlament befriedigend geklärt worden, wie hoch die Fehlerquote der PCR-Testmethode war, deren Untauglichkeit für die Feststellung der tatsächlichen Erkrankung jedermann bekannt ist. Sogar vom Bundesgericht wurde diese Untauglichkeit festgestellt. Es wurde auch in keiner Art und Weise analysiert, welche Kollateralschäden durch die flächendeckenden Corona-Maßnahmen ausgelöst wurden für die Wirtschaft, für die Gesundheit, insbesondere auch für die psychische Gesundheit der jüngeren Generation. Es wurde vollständig bisher ausgeblendet, welche Nebenwirkungen und welche schädlichen Wirkungen auf das Konto der mRNA-basierten angeblichen Impfung zu verbuchen sind. Und generell fehlt einfach überhaupt der Wille, sowohl beim Bundesrat als auch beim eidgenössischen Gesetzgeber, das Management und der Covid-19 vom Bundesrat einer wirklich kritischen Überprüfung zu unterziehen. Und bei dieser Ausgangslage dürfte man überhaupt nicht eine weitere Verschärfung des Epidemiengesetzes in Angriff nehmen. Dieses Projekt ist sofort zu stoppen und der eidgenössische Gesetzgeber ist in seiner Funktion als Oberaufsicht der Eidgenossenschaft nach Bundesverfassung 169 fortfolgender zur Pflicht zu rufen, zunächst einmal diese genannten Fragen abschließend zu klären und erst dann kann man von Erkenntnissen sprechen und erst dann kann man eben auch sicherstellen, dass man für die Zukunft Fehler, die in der Vergangenheit begangen wurden, vermeidet, wie zum Beispiel eine Zertifikatspflicht, die vom Bundesrat Alain Berset als Beweismittel deklariert wurde, um zu zeigen, dass man eben nicht ansteckend ist, während gleichzeitig seine Chefin Immunologie vom BAG Frau Massere zwei Monate vorher sagte, selbst wenn man geimpft ist, kann man das Virus weitergeben und wie wir alle wissen, hat auch sogar die Managerin von Pfizer Janine Small von Anfang an ganz klar gesagt und zugegeben, dass keine Wirksamkeit nachgewiesen war im Zeitpunkt der Zulassung. Also all diese Dinge müssen zwingend berücksichtigt werden, das ist eine Frage der Good Governance und eines global anerkannten Qualitätsmanagements. Vielleicht muss man sich auch vergegenwärtigen, dass die Aussagen der Mitglieder des Bundesrates verstärkt Werbebotschaften sind und weniger mit Good Governance in Übereinstimmung zu bringen sind. Wenn ich an die Aussage von Alain Börse denke, die damaligen Impfstoffe seien sicher getestet und effektiv und nichts von alledem hat gestimmt. Ja, auf jeden Fall, wobei er natürlich wortwörtlich die Aussagen der Schweizerischen Arzneimittelaufsichtsbehörde Swissmedic übernommen hat. Das sind letztlich Botschaften, die man auf der Homepage von Swissmedic hat lesen können über eine sehr lange Zeit und weil Swissmedic nun mal von Gesetzes wegen die oberste Expertise hat und eben auch die oberste Verantwortlichkeit für die Sicherheit der zugelassenen Arzneimittel, muss man primär Swissmedic diesen Vorwurf machen und aus diesem Grund hatte ich auch mit meinem Team eine Strafanzeige gegen Swissmedic eingereicht. Das ist natürlich ein separates Thema. Und Sie sagten im Vorgespräch, diese Strafanzeige gegen Swissmedic hat einen Umfang von mehreren hundert Seiten. Die ist von Ihnen im Juli 2022 eingereicht worden und jetzt aktuell im Februar 2024 noch einmal erweitert worden. Ja, also erweitert haben wir sie dann ab Ende 2022, 2023. Wir hatten ja eine Pressekonferenz durchgeführt, zwecks Publikation dieser Strafanzeige am 14. November 2022. Das ist alles einsehbar auf der Homepage www.corona- anzeige.ch Und bereits im Verlauf der Vorbereitungsarbeiten zu dieser Pressekonferenz wurde allen Beteiligten klar, dass sich die Evidenz dermaßen stark verdeutlicht hatte im Sinne unserer Evidenz zur Strafanzeige, dass ich entschieden habe, die Arbeiten weiterzulaufen, um eine vollständig aktualisierte Fassung dieser Strafanzeige nachzureichen. Und diese Arbeiten haben praktisch ein weiteres Jahr gedauert, waren fast genauso umfangreich wie die ursprüngliche Strafanzeige und das Resultat dieser aktualisierten Fassung, also man könnte sagen Strafanzeige 2.0, habe ich eingereicht am 7. Februar 2024. Und da sprechen wir nicht mehr von zweimal 300 Seiten, sondern insgesamt von 1200 Seiten, einem außerordentlich erweiterten und verbesserten Evidenzreport über 600 Seiten und einer sehr stark präzisierten Strafanzeige. Und eines der wichtigsten Themen überhaupt für diese Version 2.0, und das werde ich noch mit separaten Stellungnahmen auch erläutern, so viel kann ich jetzt schon sagen, sind die amtlichen Falschinformationen von Swissmedic, auf die sich ja dann auch die Politik gestützt hat, auf die sich die Entscheidungsträger gestützt haben, die Empfehlungen der Ärzte sich gestützt haben und am Ende eben auch, auf die sich die Patienten verlassen haben. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass man diesen konsequenten Falschinformationen die gebührende Aufmerksamkeit schenkt, hier nicht locker lässt, bis das vollständig aufgearbeitet ist. Bei welcher Behörde, Herr Kollege Kruse, ist diese Strafanzeige denn momentan hängig? Die ist, wie auch schon, Version 1.0 eingereicht bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern und sie wird von dort, wenn das seinen richtigen Weg geht, dann eben bei der Bundesanwaltschaft behandelt werden. Das Verfahren ist nicht eröffnet bis jetzt. Die Staatsanwaltschaft hat gewartet, bis wir die aktualisierte Fassung 2.0 eingereicht hatten. Mit der Begründung aus prozessökonomischen Gründen würde es nichts bringen, wenn man jetzt schon bereits mit der Eröffnung im Verfahren 1.0 startet und dann quasi neue Tatsachen hat. Aber ich kann Ihnen sagen, wir werden hier in diesem Zusammenhang eine kleine Informationskampagne starten und auch den Brückenschlag zum Parlament suchen. Sie kämpfen momentan an drei wichtigen Fronten WHO Reglement Epidemiengesetz der Schweiz und Swissmedic. Herr Kollege Kruse, für Ihre Anstrengungen wünsche ich Ihnen als Kollege den bestmöglichen Erfolg und ich wünsche und hoffe, dass wir die Themen bei Gelegenheit hier im Rechtsstaat auf Kontrafunk noch einmal vertiefen. Vielen Dank für Ihr Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kollege Moser, für das gute Gespräch. Ist die Alternative für Deutschland ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz? Mit Spannung wurde der Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster erwartet. Ursprünglich auf Ende Februar diesen Jahres anberaumt, gab es wegen einer kurzfristigen Nachlieferung von mehr als 2000 Blatt Papier durch das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Terminsverschiebung auf Mitte März. Überraschenderweise gibt es kein Urteil. Darüber sprechen wir mit Nordrhein-Westfalen wieder, wenn es weitergeht. Das haben wir so nicht erwartet. Wir hätten gedacht, dass durchverhandelt wird diese Woche und nächste Woche und dass am Ende dann in Berlin ein Urteil verkündet wird. Warum das Gericht so entschieden hat, kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Aus den Mitteilungen der Prozessbeobachter ist uns bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, Sie haben es erwähnt, im Januar noch mehr als 2000 Seiten Material nachgeliefert hat. Die mussten natürlich irgendwie auch gesichtet werden und beim Verwaltungsgericht herrscht der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, die zu bemitleidenden Richter müssen das auch alles lesen. An einer anderen Stelle war zu lesen, dass die Prozessakten in entsprechenden Ordnern aufgereiht schon 20 Meter Raum einnehmen. Deswegen ist es auch mit Sicherheit nicht nur wegen der Bedeutung, sondern auch wegen des Aktenumfangs ein außergewöhnliches Verfahren. Das OVG hat auf einer ganz aktuellen Pressemitteilung mitgeteilt, dass die mündliche Verhandlung vertagt worden ist, weil die Erörterung des Streitstoffs noch nicht abgeschlossen ist. Ist Ihnen denn zwischenzeitlich bekannt geworden, was in diesen weiteren mehr als 2000 Blatt Papier versteckt ist, was von Bedeutung ist für das Bundesvorstand anders aufgeteilt. Aber natürlich ist das eine riesengroße Herausforderung insbesondere auch für die Anwälte, denn die müssen ja im Zweifel im Kopf haben bei Zehntausenden von Seiten, wo so ungefähr irgendwas steht. Da braucht man schon wie man so salopp sagt, einen Kopf wie ein Rathaus. Und wir hatten ja, nachdem das Bundesamt diese 2000 Seiten nachgeliefert hatte, hatten wir eine großzügige Terminsverlegung beantragt. Die wurde weniger großzügig gehandhabt, deshalb kam es jetzt also relativ kurzfristig dazu. Vielleicht hat das Gericht gemerkt, dass eine großzügige Terminsverlegung besser gewesen wäre, damit sich auch das Gericht besser darauf vorbereiten kann. Oder das kann auch damit zu tun haben, dass wir viele Beweisanträge gestellt haben, um die Behauptungen des Bundesamtes, die sich aus den Akten, also schriftlich ergeben, zu widerlegen. Beispielsweise, dass jemand das gar nicht gesagt hat, oder dass derjenige, der es gesagt hat, gar nicht mehr der AfD ist. Und solche Beweisanträge wurden halt zu einer Vielzahl von Behauptungen des Bundesamtes gestellt. Das verzögert natürlich den Prozess immens, wenn den Beweisanträgen stattgegeben wird, aber ich glaube, Gerichte sind so selbstbewusst, dass sie, wenn irgendeine Behörde oder überhaupt eine Prozesspartei irgendein Zettel irgendwas aufgeschriebenes vorliegt und der andere bestreitet, dass das echt ist und sagt noch, es war anders, Beweis der Zeuge so und so, dass die dem auch nachgehen. Das hat jetzt mit Verzögerungstaktik von unserer Seite nichts zu tun, sondern mit Aufklärung. Sie sagt gerade Amtsermittlungsgrundsatz und für die Alternative für Deutschland geht zwar noch nicht um alles, aber doch schon um sehr, sehr viel. Sie haben das Stichwort Zettel genannt, Herr Kollege Brandner, und es ist ja auch ein mysteriöser Zettel nach der Mittagspause an einem Fahndungstag aufgetaucht, aus dem sich eine E-Mail-Adresse ergeben hat, an die sich doch ein Mitarbeiter ihrer Partei wenden sollte, um Informationen an das Amt abzugeben. Konnte man diesem Hinweis schon nachgehen? Also das zeigt natürlich, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass er in seiner Historie auch nicht gerade frei von Skandalen ist. Ich nenne nur das Zellerloch, der eine oder andere Ältere unter unseren Zuhörern, dem wird das noch mal sagen, wo ein Justizvollzugsanstalt Zelle in die Außenmauer mit Sprengstoff ein Loch gesprengt wurde und das Ganze war maßgeblich organisiert und durchgeführt vom Verfassungsschutz, um da irgendjemand abzulenken. Wir haben diese Skandale um die Morde der rechtsterroristischen NSU, wo der Verfassungsschutz ja auch alles andere als eine tolle Rolle gespielt hat. Also es gibt Skandale noch und nöcher um den Verfassungsschutz und genauso ist es natürlich skandalös, dass der Verfassungsschutz im Auftrag der Herrin Feser im Bundesinnenministerium jetzt drauf und dran ist hier die größte Oppositionspartei in Deutschland zu diskreditieren, zu zersetzen, mit Spionen, mit V-Leuten, mit Provokateuren zu bestücken, also sozusagen eine Arbeit zu betreiben, die unsere Partei vernichten soll. Und das ist damit nicht die ursprüngliche Aufgabe des Verfassungsschutzes. Also hier wird ein Geheimdienst auf uns gehetzt, nicht nur mit dem vielleicht ansatzweise noch nachvollziehbaren Auftrag mal zu gucken, was da so los ist, sondern aktiv wird er in den Kampf gegen uns eingebunden und das macht der und da ist er natürlich auch nicht weit davon entfernt zu infiltrieren und Lockangebote für den einen oder anderen zu machen, der dann vielleicht auch dafür empfänglich ist. Also man muss hier in Deutschland inzwischen mit allem rechnen. Natürlich wissen wir aus den Akten und aus der Vorgeschichte, dass es Anlass gegeben hat, weil es auch verschiedene Äußerungen gegeben hat, die auch bei objektivierter Betrachtung nicht so ganz einwandfrei sind und der Nachbetrachtung bedürfen. Aber was erwarten Sie, wie es weitergeht, das OVG wird irgendwann zu einer Entscheidung kommen, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, ich bin jetzt mal ein bisschen zuversichtlich, aber dann ist ja auch noch nicht Ende der Fahnenstange, es ist nur das Ende der Tatsacheninstanzen, aber dann könnte es ja noch in die Revision gehen. Genau, in jeder Partei gibt es Bekloppte und Idioten, die irgendwelchen Unsinn von sich geben, der nicht ansatzweise irgendwie vertretbar ist oder irgendwas mit der Partei zu tun hat, das gibt es auch in der AfD. Aber die Frage ist ja, ob das der Partei zurechenbar ist und jetzt in dem konkreten Verfahren von dem OVG in Münster geht es ja nicht um das Parteiverbot der AfD, das wäre halt dann der schlimmste Fall, den ich vorhin angedeutet habe, aber es ist natürlich der Weg dahin, der bereitet werden soll. Und da stellt sich natürlich ganz gewaltig bei jeder Äußerung, die da angeblich zu unseren Lasten ausgelegt wird, die Frage, wer hat das gesagt, in welchem Zusammenhang hat das gesagt und wie haben die entsprechenden Vorstände beispielsweise darauf reagiert. Ich glaube, sogar da ist der Verfassungsschutz mit uns auf einer Linie, unsere Programmatik, die ist nicht ansatzweise irgendwo auch nur verdächtig in die Richtung ausgelegt zu werden, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen wollen. Ganz im Gegenteil. Jetzt war Ihre Frage, wie es da weitergeht. Ich rechne auch ganz fest noch damit, dass in diesem Jahr ein Urteil verkündet wird und dass dann, je nachdem, die Sache auf jeden Fall nicht zu Ende ist. Denn wenn wir obsiegen, wird das Bundesamt in die Revision gehen und andersrum wir. Und das geht dann zum Bundesverwaltungsgericht und da geht es dann als Rechtsinstanz weiter. Ein Aspekt ist ja, es kommt auf die Struktur einer Partei als Ganzes an und es kommt auf die Führung der Partei an und es kommt auf die Zielrichtung des Handelns der Partei an, sodass einzelne Aussagen von Parteimitgliedern sicher kontextualisiert werden müssen und auch dann noch nicht ein Rückschluss zulässig ist auf die gesamte Ausrichtung der Partei. Genau, es geht um die Ausrichtung der jeweiligen Partei und, was noch hinzu kommt, auf die Staatsferne der Partei an. Da hat sich ja unsere Regierung und die jeweiligen Antragsteller haben sich ja schon blutige Nasen geholt, als sie beispielsweise die NPD verbieten lassen wollten und sich dann herausgestellt hatte, die NPD war eigentlich eine Staatspartei. Warum war sie eine Staatspartei? Weil ein Großteil der NPD-Funktionäre vom Verfassungsschutz besoldet war. Also der Verfassungsschutz hat sich sozusagen eine Partei gehalten oder aufgebaut, die er dann bekämpft hat. Das nennt man Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also darauf kommt es auch an, ob jetzt nicht das, was auf der AfD von einigen Mitgliedern verlautbart, ob das nicht auf geheißtes Verfassungsschutz geäußert wurde. Stichwort V-Leute und Provokateure. Und bei der einen oder anderen Äußerung, ohne mich jetzt da festzulegen, habe ich schon den Verdacht, dass da irgendwas dahinter steckt. Und die Fragen des OVG zielten ja auch darauf herauszufinden, wie viele V-Leute sich bereits in der Partei befinden. Genau. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das heißt, es bleibt spannend. Wir werden es weiter beobachten, Herr Brandner, und ich freue mich, wenn wir dann hoffentlich anlässlich eines Urteils noch einmal miteinander ins Gespräch kommen. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Rechtsstaat bleibt gefordert. Nach früherer Lesart, die mich durch das Studium und die ersten Jahrzehnte meiner Berufsausübung als Rechtsanwalt begleitete, war der fragmentarische Charakter von rechtlichen Regelungen allgemein anerkannt. Ein Zeichen eines liberalen, bürgerfreundlich gesinnten Staatswesens. Heute scheint es zu einem Überbietungswettbewerb in den gesetzgebenden Parlamenten zu geben, diese Lücken der Freiheit zu schließen. Der Rechtsstaat muss wachsam bleiben auf den Erhalt elementarer Freiheiten seiner Bürger und bei Maßnahmen, bei denen die Lücken in der Argumentation einen geradezu anspringen. Nehmen Sie an der Vernehmlassung des schweizerischen Epidemiengesetzes teil. Bis zum 22. März haben Sie noch Gelegenheit dazu. Einen weiterführenden Link finden Sie auf unserer Internetseite www.kontrafunk.radio unter unserer Sendung der Rechtsstaat. Das war unsere Sendung der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Michael Moser. Unsere nächste Ausgabe hören Sie am kommenden Freitag um 10 Uhr. Auf Wiederhören im Kontrafunk. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Umbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio Dein Koko M Logo. Untertitelung des ZDF, 2020